Okay Leute, weiter geht's. 10kg Muskel aufbauen in 6 Wochen. Das ist die Challenge, die ich weiterhin mache. 4 mal die Woche wird Training aufgenommen und ich nehme euch mit auf den Weg, wie es vorwärts geht, wenn Probleme da sind, wie man die bewältigt, Trainingsplanung und so weiter. Essen, ja, alles am Start, ab und zu mal ein Full Day of Eating. Jetzt geht's weiterhin los, es läuft gut. Ich hab schon 7-8kg zugenommen. Wir haben jetzt knapp 3 Wochen um, läuft alles wie geplant, also viel Wasser gezogen, ist natürlich nicht nur reine Muskeln, also die Tiere sind ein bisschen aufweiserisch, aber trotzdem versuche ich fast kein Fett zuzunehmen, das funktioniert soweit, also ist, wenn dann nur ganz, ganz wenig mit dabei und wenn, ist es auch okay, denn ich muss immer ein bisschen mehr essen, um eben meine Zeit im Training nicht zu verschwenden. So, jetzt nächstes Training, wir haben Frontdrücken. Einer Woche, das wird hart, weil das Umsetzen fällt mir immer sehr schwer. Und Techniktraining umsetzen habe ich länger nicht gemacht, also das Schwerste ist, erst mal die Handel dann überhaupt umzusetzen und es dann einmal hochzudrücken. Ich hoffe, ich schaffe es und ich hoffe, ich verliere nicht so viel Kraft beim Umsetzen, das ist manchmal der Fall, ansonsten sollte die Einer-Wiederholung gut drin sein, denn Schulterdrücken lief jetzt gut. Okay, das ist der Stand der Dinge, weiter geht's, viel Spaß beim Training. Einer Woche, eventuelluell, Okay, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, 9H-Schnitt habe ich auch, bzw. hatte ich schon mal vorher, dann habe ich es eher gleichmäßig gemacht und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr besser findet, findet ihr das geiler, findet ihr vorher geiler, bei dem bin ich mir immer nicht so sicher, ist das so gut, sieht irgendwie ein bisschen aggressiver aus und ich bin doch ein netter Kerl, wenn ich zur Bank gehe oder so, dass die denken, ach du Scheiße, das ist auch mal so eine Sache, oder so eine Frage, die ich mir selber stelle. So, was denkt ihr? Haut uns mal in die Kommentare, wird mich freund. Nein! NOOOOO Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, kann ich euch werden, wenn da so fette Zau ist? Willkommen in der Wirklichkeit, Prinzessin! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin der Westerweiler, der sich gerade küsieren kann! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Curls, for the girls und für die Disco. So ihr Disco-Pumpe, das war's im Training, war echt saugut, das umsetzen war echt saugut, also ich muss mal wieder Techniktraining ein bisschen machen, eigentlich kreuzheben von der Kraft her ist ganz gut, nur dieses Tonerspringen ist vom Kopf her auch immer, ich mach's halt nicht ganz, weil ich so ein bisschen Angst hab, einfach mich drunter zu werfen, aber das ist halt Technik, muss aber auch sein, finde ich das ist eine wichtige Übung, würde ich euch auch empfehlen, dass ihr das macht, denn es gibt einfach eine gute Athletik, denn es ist eben technisch anspruchsvoll und lässt euren Körper besser funktionieren, gedrückt hab ich sie dann zweimal, die 120 und am dritten wär nicht mehr gegangen, aber ein ganz bisschen Luft wär noch gewesen sogar, also Schultern, so ein stabiler am Start, das ist schon mal gut. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Video, viel Erfolg bei eurem Training. Au!